Herzlich willkommen zum Jahres-Roastblick 2020. Ich roaste das vergangene Jahr, bis es aussieht wie Australiens Wälder. Mein Name ist Philipp Stroh, ich bin Poetry-Slammer, Frechdachs- und Spielverderber und auch ich dachte, dass uns die letzten Jahre schon einige Klatschen reingedrückt hatten, doch dann kam 2020 und sprach, hold my Mund-Nase-Bedeckung. Dass etwas nach nur zweieinhalb Monaten dermaßen den Bach runtergeht, das kannte ich sonst nur von meinen Beziehungen. 2020 war das Jahr der Solo-Selbstständigen und mit Solo-Selbstständig meine ich Masturbieren auf Onlyfans und Pornhub Premium. Es war verdammt einsam dieses Jahr und wer nicht einsam war, war zumindest gefangen in der Gruppenzelle namens Zuhause. Tausendmal ist nix passiert und es hat Zoom gemacht, sang schon Klaus Lage vor über 30 Jahren. Seit diesem Jahr verbinde ich mit dem Wort Zoom ganz andere Dinge. Zum Beispiel im Meeting zu vergessen, dass das Mikrofon noch an ist, wenn man mit der Katze streitet oder genüsslich einen fahren lässt. Viele von uns haben von zu Hause aus aber auch generell weniger gearbeitet. Weniger arbeiten eigentlich das, was wir uns alle schon lange gewünscht hatten und dann haben wir trotzdem nur gejammert. Wohin mit der ganzen Zeit? Man konnte ja nicht mal mehr reisen. Reisen, das Hobby für Menschen ohne Eigenschaften. Und plötzlich waren die Travel Addicted Millennials total lost. Was war die Alternative? Wer so gar keinen Plan im Leben hatte, griff einfach zur Flasche und scherzte, Wenn das Jahr vorbei ist, sind wir alle Alkoholiker. Halt dein Maul, wie wär's vielleicht mal mit Sport, du faules Stück Scheiße. 2020 war nämlich auch das Jahr der Homeworkouts. Selbst Speckis, die noch nie ein Gym von innen gesehen hatten, beschlossen, endlich in Form zu kommen. Und ich spreche nicht von Yoga, dem dieses Jahr völlig explodierten Lifestyle-Trend für Biegeziegen, denen richtiger Sport zu anstrengend ist. Nein, ich spreche vom Strampeln und Pumpen. Und weil wir meistens auf das erstbeste YouTube-Video klicken, das beim Suchbegriff Workout erscheint, haben wir der Karlsruherin Pamela Reif zu unverhältnismäßigem Ruhm und Reichtum verholfen. Das Fitness- und Schönheitsvorbild des Jahres ist ein freizeitloses Instagram-Püppchen mit dem Charisma einer Stange Sellerie. Viel Spaß beim Nachmachen. Aber hey, ich habe Respekt vor Menschen, die aus dem Krisenjahr Kapital geschlagen haben. Abgesehen vielleicht von Amazon-Chef Jeff Bezos. Denn wenn ich beim Paketwichtel-Ausbeuter Amazon bestelle und dabei den reichsten Mann der Welt noch reicher mache, dann habe ich keinen Respekt, sondern ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Sorry, Einzelhandel, aber es ist halt einfach so bequem. Und die im Internet haben immer geöffnet. Gegen schlechtes Gewissen gibt es zum Glück schnelle Abhilfe. Folge einfach einem Social-Media-Gruppenzwang-Trend, lade zum Beispiel eine schwarze Farbfläche hoch und signalisiere total woke deine moralische Korrektheit, ohne deine Komfortzone je zu verlassen. Nun wird es aber doch Zeit, über eine Pandemie zu sprechen, die dieses Jahr Ausmaße annahm, die sich wohl niemand hätte träumen lassen. Podcasts. Alle hören jetzt Podcasts. Und alle machen jetzt Podcasts. Die Audio-Seuche ist derart eskaliert, dass 2020 erstmals der Deutsche Podcast-Preis an die launigsten Laberbacken der Nation verliehen wurde. Für die Älteren, die es nicht kennen, Podcasts sind so viel wie Radio ohne Musik, Talkshow ohne Bild und Gestotter ohne Plan. Das Problem des Konzepts? Man kann es zu leicht selber machen. Auf jeden gelungenen Podcast kommen 250 dilettantische Nachahmer, die im wahren Leben meistens irgendetwas mit Kunst zu tun haben und ihren unermüdlichen Geltungsdrang dieses Jahr nicht mehr anders zu befriedigen wussten. Oh ja, lieber Provinz-Poetry-Slammer, erzähl mir nochmal, wie komisch es sich anfühlt, kein Publikum vor sich zu haben. Fun Fact. Podcasts waren schon vor 15 Jahren populär. Aber um 2016 herum, als erstmals über die Hälfte der Bevölkerung ein Smartphone besaß, erlebte das Format ein Revival und wird seitdem als neuer Trend wahrgenommen. In Wahrheit befinden wir uns längst in der zweiten Welle und die ist bekanntlich noch viel schlimmer. Wer nicht gerade einen lustigen Podcast hört, der hört True Crime. Wahre Geschichten über Serienmörder und Co. sind so beliebt wie noch nie. Spannend? Laut Marktforschung ist die True Crime-Fangemeinde überwiegend weiblich. Die brave Studentin will sich halt auch mal beim Baden mit einem Glas Wein in einen nicht langweiligen Menschen hineinversetzen. So, und um das Kabarett-Publikum abzuholen, gibt es in dieser Sendung natürlich auch einen politischen Teil. Angela Merkel. Wisst ihr selber, ne? Boris Johnson. Donald Trump. Joe Biden. Aber genug davon, kommen wir wieder zu etwas Interessantem. Filme, Serien und Musik. Enttäuschung hat einen neuen Namen. Oder besser gesagt drei. Marc-Uwe Kling. Der begnadete Bühnenkünstler und Bestsellerautor verwurstete seinen Mega-Hit Die Kängurukroniken zu einem Kinofilm. Und wie sich herausstellte, war das der größte Schuss ins eigene Knie seit der Kassenbonpflicht. Wenn es einer grandios scharfsinnigen Vorlage eine platte, mutlose Kinderkomödie wird, kann ich nur sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Apropos, jetzt haue ich als Filmfan noch einen richtigen Geheimtipp raus. The Fanatic. Regisseur Fred Durst, ja, eigentlich der Sänger von Limp Bizkit, hat einen Psychothriller gedreht, in dem John Travolta in der Rolle eines autistischen Stalkers völlig am Rad dreht. Das Ganze erschien bei uns im September fürs Heimkino und ist so katastrophal schlecht, dass man es eigentlich schon wieder gesehen haben muss. Gern geschehen. Aber ich bin ja kein Unmensch. Es gab durchaus auch gute Werke dieses Jahr. Es gab Werke, die mich einfach nur verwirrt haben. Und es gab Werke, die ich gerne gesehen hätte, aber nicht durfte, weil spontan beschlossen wurde, sie nicht zu veröffentlichen, da es einfach zu wenig Tickets verkauft hätte. Danke für nichts, Hollywood. Ich muss ja nicht extra erwähnen, dass es in der Popmusik schon lange keine Innovation mehr gibt. Erwähnen muss man aber wohl doch Billie Eilish, die dieses Jahr so ziemlich alle Musikpreise abgeräumt hat und deren einzigartiger Stil darin besteht, immer nur auf 20% zu singen. Abgesehen von Billie Eilish und den Ripoffs von 90er- und 2000er-Songs im Radio ist mir eine besondere Sehnsucht nach den 80er-Jahren aufgefallen. Egal ob Miley Cyrus, Dua Lipa oder The Weeknd, alle sind gerade auf einem 80er-Retro-Trip und das beschreibt unsere Gegenwart eigentlich sehr treffend. Wir haben langsam gemerkt, dass wir zu weit gegangen sind, verlieren die Hoffnung und wollen einfach nur zurück zu besseren Zeiten. No front, Digi. Aber so einfach geht das leider nicht. Für alle, die jegliche Veränderung ablehnen, gibt es übrigens das neue Album von ACDC. Auf die australischen Rocker ist Verlass, denn sie veröffentlichen seit 45 Jahren immer die gleichen Songs. Von Opas zur Jugend. Die 2020 am häufigsten heruntergeladene App ist TikTok. Die kurzen ADHS-Videos sind aktuell der heiße Scheiß. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Bevor ich den Quatsch mitmache, fange ich sogar eher noch an, Reaction-Videos zu drehen, damit ihr wisst, was ihr denken müsst. TikTok? Wenn ich sehen wollte, wie Minderjährige rumhopsen, wäre ich Sportlehrer geworden. Witzig. Es war ein verdammt komisches Jahr. Ein Jahr, in dem die Regierung mehr Fehler gemacht hat, als die Entwickler von Cyberpunk 2077. Ein Jahr, das unsere Psyche übler zerstört hat, als Rezo die Presse. Ein Jahr, in dem Snoop Dogg Werbung für Sodastream macht. What the fuck. Aber wir können froh sein, dass wir es alle überlebt haben. Also echt jetzt. Wir können froh sein, dass wir es überlebt haben. Ich wünsche uns für die Zukunft weniger Livestreams und mehr live. Weniger Leugnen und mehr Akzeptanz. Auch wenn wir es gerne hätten. Ein kalendarischer Jahreswechsel löst keine Probleme. Taten lösen Probleme. Wir haben es in der Hand. Wenn euch der Jahres-Roastblick gefallen hat, bitte teilt dieses Video, damit ich das Gefühl habe, dieses Jahr wenigstens eine sinnvolle Sache gemacht zu haben. Und wenn ihr es einfach nur cringe fandet, teilt es trotzdem. In diesem Sinne, leck mich 2020 und Prost! Und Prost!